Moin Leute, was geht? Optics wieder weg hier vor euch umschaut mit einer neuen Folge Game of Hakes und fangen wir mit dem ersten Thema an. Die Online-Spielzeit aller Call of Duty Spieler beträgt 25 Milliarden Stunden. Die deutsche Übersetzung von Skyrim ist Himmelsrand. Call of Duty, jeden bekannt, hat 29 Teile. Ein Junge schaffte es, Super Mario Bros. in 4 Minuten und 56 Sekunden durchzuspielen. Die Wahrscheinlichkeit in Pokémon Go, ein Shiny Capadour zu finden, liegt bei 1 zu 360. Eine Frau aus Spanien hält mit 29 Stunden und 31 Minuten den Weltrekord für die längste Soccer Session in WoW. Super Mario 64 für den Nintendo 64 wurde ganze 11,9 Millionen mal verkauft. Die meistverkaufteste Spielekonsole der Welt ist die Playstation 2. Die älteste Inschrift der Pokémon ist Inkognito. Svenos mit bürgerlichem Namen Sven Edelbosch trägt den Weltrekord für die meisten Siege in Fortnite. Es sind 2.320. So Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir werden kommentieren nicht vergessen und lasst mir gerne ein Abo da. Die Online-Spielzeit aller Call of Duty Spieler beträgt 25 Milliarden Jahre. Eine Frau aus Spanien. Ja. Die Wahrscheinlichkeit in Pokémon Go. Super Mario. Super Mario. Svenos mit bürgerlichem Namen Sven Edelbosch. Super Mario 64 für den Nintendo 64 wurde 11,9 Millionen. 11. Nope. Get the fuck out. Outro